so leute ich nehme euch mal mit ihrem schmutzigen part eigentlich war ich jetzt ohne film am zocken aber wenn direkt der rasburg kommt mal direkt wieder aus mal da bringt der nächste muss per mal bezahlen jetzt habe ich ja nichts von der kiste 30 euro von oben und 60 ich hätte ja schon öfters kommen müssen so 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 ja das stimmt er ist selber noch mega jung komm du schmutzpiranha komm baby let's do it brauchen eier erbaut noch im hohe du ist aber du bist ein ich ist ich sie 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 So? So, Dave. 2 x 3 grüne ringe sehr selten und über 2 x 9 kronen bringen schmutziges ding ich finde hier den aufbau finde ich immer viel schneller als zum beispiel bei black hole wir sind jetzt da oben fast hätte der rast bei uns den arsch rasiert weil ich mir nach oben gezeigt habe das war schmutzige schmutzige jahres ja man weiß ja nie alter vielleicht kriegst du mal eine 7 so auf voll dem brachialen zufall jetzt geh nicht wieder direkt kaputt 71 schlappen das ist mir doch scheiße nur kronen schmeißen 71 kann er nachher kaputt machen nachdem der 70 kronen geschmissen hat also wirst du dann barfuß geschehen wirklich alles oben leute und rasgo hat nochmal gegönnt 40 krisen kommen wir mal direkt an wir wollen hier schnellen erfolg oder schneller aufs fressbrett wir kommen aber jetzt nicht sagen alles gut 60er hier ich bin wieder da wo wir gerade schon waren ja ich brauche eine kronen party brauche ich hier eine absolute kronen party aber die blauen so ich wollte gerade sagen oder 6er kombi weißt du aber so kommst du wieder nach vorne auf schuss das rappen und der rasgo kann noch eine stunde weg bleiben ja du bist freier hier gerade in spielstimmen und dann würde man dementsprechend hast du einen auf die kojote bekommen hier kann sein willst du nicht mal trinken? keinen Schluck nein Wasser machen wir mal Wasser ja kein katton noch so machen nein nein ich hab gar kein Bock auf den Käse jetzt gerade warum schmutz nicht in euro ich glaube das wird eine kurze reise hier schade bisher noch keine großen also so richtige ausflipper gehabt sondern hat immer weiß ich nicht sich mal die krone rein zimmert ohne dass direkt der pisser kommt wenn du schon nach zwei drei kronen so der ganze laden ist leer alles in top party drin ist ja eigentlich den ganzen monat so ne du hast den waldpartner überlebt hast du schon wieder kaffee gestellt oder was hast du wasser geholt also okay wir stehen da die frage ist wie lang ich glaube der schmiert jetzt ab diesmal gibt es keine kronen party noch nicht jetzt die eier so schön aufgebaut hat danach kriegst du direkt so fünf wege weiß ja die geht aber schon wieder eins eingemacht das ist ein einziges gerät von fünf geräten wo du überhaupt gemacht hast ne muss man sagen da ich glaube wir brauchen mal eine ansage jetzt hier dass wir hier überhaupt überleben schon wieder ein honni gefressen hier wir müssen jetzt mal gewinne haben vor links und rechts jetzt bringt das nichts kommen jetzt und weiter machen wir so weiter mein gott du sack gesicht das hat sich ja ne ja ich buch sogar toll vor hier ja bei raspo ist hat manchmal so dann zieht der 100 150 weg aber das kann es ja rückblick wieder ändern weißt du ein durchmarsch und was sie dann schmutzigen und danach einen sauberen arsch ja jetzt mal durchmarsch jetzt nicht wieder abfurtzen das sieht jetzt ganz gut aus kaum sagt der poppy wird direkt vorbei scheiße man ich glaube das ist ja sonst aus ja 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 keine kopfschmerzen hopp oder top ist hier die devise hopp oder top ist hier die devise ja 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 jetzt zahlen wir da ey fallen nicht immer direkt ja sowas zum beispiel damit wir ja immer ein bisschen was zum überleben haben ja dann kommt der verschimmelte Freier da direkt wieder rein weil die Gewinne brauchst du ja weißt du sonst siehst du ja sonst zieht der ja nur ab ich muss erst mit 1€ den Durchmarsch machen damit ich erhöhen kann sonst verändere ich das Fach hier nicht sonst verändere ich das Fach hier nicht wirklich so leute spielen wir noch bis 150 gucken wir mal ob da jetzt noch irgendwas kommt dann muss ich leider als spiel wechseln der aufbau ist immer gut aber sowas zum beispiel wir müssen ja ein bisschen was hier zum zocken haben und nicht immer nur aus der eigenen tasche eigentlich sieht der gut aus links rechts mitte ist auch ok komm schon man wie sieht das aus Leute ich wollte gerade schon sagen ey machen die solche Faxen jetzt krone sonst weg ok 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 ja Leute wir sind schon wieder fast ganz oben jetzt mal ganz oben Tja Leute, und wir haben wieder 106 Euro Risiko und hoffen nicht, dass der, ja genau so. Ich sag ja, ich muss erst durch die 1 Euro durch, damit ich von Ruhe erhöhen kann. Oh, die Sonne am Springen ist, ne? Die dreht sich ja. Sehr kleine Tricks, aber umruhen. Ja, das ist mir egal, der soll jetzt mal hier einen raushauen, Alter. Jetzt nicht direkt wieder nach einer Krone abkacken, ey, da kriege ich einen Hals dran. Ja, genau. Nochmal ein Hunni auf ganz Tutti, Leute. Komm, mal die blauen, oder sowas mal hinterher. Schmerz. Also nochmal 150 stacken. Meine Frisse, ey. So, jetzt mal die blauen. Komm. Ja, ist ja klar, ist ja klar. Wir sind ja auf 600. Dann musste er uns natürlich den Hintern mit dem Schmirgelpapier sauber machen. Aber okay, hat er gut bezahlt, Leute. Also, ich werde den Part jetzt gleich auch beenden. Na, die wollte ich haben noch. Schwanz, Nase. So Leute, haut rein, Mann. Viel Spaß. Und vergess das dreckige Abonnieren nicht. Und vergess das dreckige Abonnieren nicht. Ich werde das dreckige Abonnieren nicht mehr über Fertig nehmen. Ich werde das dreckige Abonnieren nicht mehr abnehmen. Vielen Dank.